Lars, wenn ich dir jetzt mit dem Thema Derby komme, was fällt dir da ein? Ja, Kampf, Leidenschaft, grandiose Fans und eine riesengeile Stimmung. Du redest von dem Derby, das du als letztes gesehen hast? Nein, das letzte Derby war natürlich das Derby gestern von meiner Heimmannschaft, wo mein Bruder gespielt hat, was sie nach dem 2-0 Rückstand noch gedreht haben zum 3-2-Sieg. Welche Vereine sind da beteiligt? Das war SV Uffeln und im Grün war Steinbeck. Und das Derby, was jetzt kommt, ist natürlich dann noch in dem Sinne noch eine Nummer größer und da wird noch mehr Randale gemacht und noch mehr Stimmung ist da. Aber diese Rollenverteilung, 0-2, 3-2 Erfolg dann, ich meine, was Schönes gibt es nicht? Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir dann meinem Bruder das jetzt gleich machen können und auch, wenn es auch sein muss, nach dem 2-0 Rückstand noch 3-2 gewinnen, das ist mir auch egal. Ich bin auch anderthalb Klassen höher dann und vor ein paar mehr Zuschauern, hast du schon gesagt. Welche Frage soll ich dir jetzt nicht stellen? Du sagst mir alles. Die, die, wer beim Derby im Tor steht, dachte ich. Ja, kann es ja machen, ich kann sie nicht beantworten. So ist es, deshalb stellen wir dir jetzt gar nicht, hat es gar nicht gegeben jetzt die Frage. Aber wenn du merkst, so wie die Mannschaft sich jetzt, auch wenn sie noch nicht vollständig ist, in dieser Woche vorbereitet, ist das schon so ein bisschen Kribbeln oder kommt das nur von außen? Nein, das ist schon, jeder freut sich auf das Spiel und jeder will das Spiel auch bestreiten. Deswegen, die, die hier geblieben sind und sonst nicht so oft spielen, geben natürlich jetzt noch mal umso mehr Gas, um sich noch mal zu zeigen. Jeder will das Spiel bestreiten und da wird natürlich Gas geben im Training. Worauf wird es da ankommen? Was glaubst du, inwieweit kann man da besser aussehen als beim letzten Spiel in Lüdenscheid-Nord? Ja, ich denke, dass wir einfach mutiger spielen müssen und auch einen Tick aggressiver. Ich glaube, letztes Jahr da haben wir uns ein bisschen zu sehr einschüchtern lassen und haben nicht aggressiv und offensiv genug gespielt und ich denke, wenn wir das ändern und so wie, ich denke mal, die erste Halbzeit im Rückspiel spielen, dürfte das auf jeden Fall klappen. Alles in allem macht es wie Ufeln. Ja, genau. Das ist am besten.